Relikt, heiliger Ischin. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Jemand, der aus dem Jenseits zurückgeholt wurde, kehrt in seiner Bestform zurück. Ischin strebte wie zuvor nach maximaler Stärke durch Kampf. Er wünschte sich bis zu der letzten Stunde den Krieg und genau den bekam er auch. Willkommen, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Sekiro Shadows Die Twice. Mein alter Spielstand. Ah, wunderbar. Ja, wir sehen hier die Inhalte des neuen Updates. Zum einen die Relikte. Das kennen wir doch schon, ne? Aus Dark Souls hier. Sehr, sehr witzig, dass es das jetzt auch bei Sekiro gibt. Und was es vor allem gibt und wofür auch dieses Video da sein soll, die Reflexion der Kraft. Und zwar können wir hier alte Bosskämpfe nochmal erleben. Ein Boss Rush, Boss, Boss, Boss. Ein Boss Rush Mode ist jetzt mit im Spiel drin. Sprich, man kann besiegte Bosse nochmal bekämpfen und damit nochmal diese tollen Bosskämpfe hier im Spiel erleben. Durch Reflexionen seiner Erinnerung kann der Wolf erneut gegen einen zuvor besiegten starken Gegner antreten. Während der Reflexion hängt die Angriffskraft des Wolfes nicht mit seiner Stärke in der realen Welt zusammen. Verwendete Schnellobjekte und Geistembleme werden bei der Rückkehr in die Realität ersetzt. Ja, wir können hier alle Bosskämpfe nochmal machen. Es gibt auch noch die Kampfreie der Kraft. Genau, da kommt es darauf an, was man vorher freigespielt hat. Erlebe Erinnerungen an die Kämpfe aus göttlicher Erbe. Genau, das ist das, was ich damals gespielt hatte. Und Aufhebung habe ich auch freigespielt. Genau, und zwar kann ich hier die Kämpfe nochmal nacheinander spielen. Zum Beispiel können wir göttlicher Erbe spielen und starten hier mit Giobu Oniwa. Der gute alte Giobu. Das mache ich jetzt auch. Ja, einfach weil das so ein einfacher Kampf ist. Ich werde bestimmt sterben. Ganz ehrlich, ich werde sterben. Aber ich möchte das nochmal ausprobieren. Und mal gucken. So ein Boss-Rush-Mode ist hier auf jeden Fall sehr witzig. Oh nein, ich werde ihn nicht cheesen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das First Strike hinkriege. So, schlug mal nochmal. Okay. Okay. Hui. Oh, ich habe gar kein Tool drin. Das heißt, ich kann mich gar nicht zu ihm hinziehen. Das ist natürlich blöd, gerade in solchen Momenten. Hm. Ah, stimmt, man kann ja hier pausieren. Äh, wartet mal. Prothesen-Module. Und zwar brauche ich da... Ähm. M, 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 M. Oder brauchte ich überhaupt irgendwas? Musste ich nur irgendwas dafür drin haben? Boah, schon so lange nicht mehr gespielt. Ich nehme mal das Sabimaru rein. Oh, die Kacke, Angriff! Gott, wie ich einfach gar keine Ahnung mehr habe. Von dem ganzen Kampfsystem. Oh, du bist noch auf den Beinen? Ja, bin ich. Ich schlage so oft zu, wie es nötig ist. Wieso kann ich mich nicht mehr... Was mache ich gerade falsch, dass ich mich nicht teleportieren kann? Junge, du bekommst den Zorn eines Mannes zu spüren, der an der Seite der Ashina kämpfte, als sie das Land übernahmen. Und du kommst es mit jemandem zu tun, der zumindest dieses Spiel schon mal durchgespielt hat? Das ist einer der leichtesten Bosskämpf im Spiel. Denn da darf man sich nichts drauf einbilden, hier. Und wenn ich wieder herausfinde, wie man heilt... Ah, so heilt man. Wie ging das nochmal, dass ich mich da jetzt... Das... Ah! Nee. Ich beiße doch gerade auch nicht. Oh, oh. Das war jetzt doof. Ganz kurz regenerieren. Wie gesagt, ich habe schon seit Mai nicht mehr gespielt. Und bin gerade wieder voll in Dark Souls drin. Aber ich möchte diesen Boss Rush Mode unbedingt wieder ausprobieren. Also mache ich jetzt ja auch. Ah, dass ich mich nicht... Ah, wartet mal doch. Das ging mit... Ah, jetzt weiß ich es wieder. Wartet mal. So ging das. Ha, ha, ha. Huh. Oh, oh. 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 Boah, ich muss den mal richtig durchkontern hier. Das ist ja nix gerade. Oh. Oh, oh. Vergib mir. Naja. Dafür, dass ich erst die Steuerung leeren musste, immerhin First Try. Shinobi-Exekution. Ja, Mensch. Geil. Aber ey, voll cool, dass das wieder da ist, ey. Generell, es gab ja schon mal so eine Mod, mit der man diese Boss Rushs machen konnte. Und jetzt gibt es das Ganze wirklich als kostenloses Update. Vor allem hier mit diesen ganzen Relikten, die hier dabei sind. Hier, die können wir uns jetzt angucken, wie andere dann gegen ihn gekämpft haben. Also das können wir halt auch noch aus Dark Souls, ne? Einfach hier berühren. So. Zack, elf Sekunden, Relikt ansehen. Und dann sehen wir, er rennt da lang, er rennt da lang, er rennt da lang. Und rennt hier lang. Naja. Gut, das ist jetzt nicht so mega spannend. Aber egal. Gyobu ist besiegt, Leute. Ähm. Ähm, ich weiß noch nicht ganz, wie das hier funktioniert. Ich glaube, ihr müsst das Spiel durchgespielt haben, um alle Kämpfe zu haben. Ähm, ja, wir können ja einfach mal gucken. Wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder raus? Weil ich meine, ich habe ja jetzt ja hier abgeschlossen. Äh, muss ich jetzt da vorne die Figur des Bildhauers berühren? Oder wie funktioniert denn das jetzt hier? Ähm. Ähm. Ja, nächsten starken Gegner bekämpfen. Schmetterling. Wow. Schmetterling bekämpfen. Ach du Shit. Wollen wir es probieren? Komm, wir probieren Schmetterling. Der Kampf ist super schwer. Ich glaube, den werde ich jetzt nicht mit, beim ersten Try hinbekommen. Schmetterling ist einfach zu hart. Ich habe den Kampf auch schon länger nicht mehr gemacht. In der Tat. Warum? Du stirbst, wenn du an dir zweifelst, Junge. Was ich über den Kampf noch weiß ist. Wow. Ah, ruthless aggression hier. Ach so, der speichert meine, 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 meine Drinks gar nicht ab. Okay. Okay, aber meine Lebensleiste ist eine ganz andere, ne? Wow, fuck it. Ah, das war jetzt falsch durchgekontert. So muss das nämlich gehen. Okay. 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 Boah, ist das schön. Dieses Spiel ist so schön schwer. So, jetzt muss man ein bisschen gucken. Ich glaube, jetzt ist es ganz gut, einfach von ihr wegzulaufen. Hi, Oma. Hi, Oma. Und jetzt kommen mir gleich diese Phasers. Dagegen was zu tun, relativ schwierig. Man kann sich versuchen, hier so zu verstecken. Aber, oh Gott, die bumsen einen halt auch echt hart. Uh. Uh. Dagegen was zu tun. Wow. 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 Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 Wartet mal Das brauchen wir alles nicht mehr Was wir noch machen können ist das hier Oh nein, oh Gott Genau Um schnell nochmal Die Death and Resurrection Show zu starten Oh oh, fuck Fuck, ich häng fest Ah, schade Es sah echt gut aus, dass ich sie hinkriege Aber nein, dann hing ich fest Boss Rush Mode, Leute Mega gut Ja, nächstes Mal kriegen wir sie Ah, ich hab zu lang gebraucht im ersten Try So, kann ich jetzt aber theoretisch sagen Ich könnte bei ihr starten Cool, dass das übrigens alles gespeichert wird, ne Äh, Kampfreihe der Kraft Ne, ich müsste zuerst Gyobu Okay, danach kann ich sie Okay, ich müsste Gyobu Besser besiegen Dann kann ich sie Besser Okay, dann kann man hier wirklich diese Kämpfe so durchgehen Das ist ja echt mega spannend Also man muss das hier wirklich wie als großen Baum runterarbeiten Wie als, ja Das ist ja spannend Ich kann natürlich auch nochmal Reflexion der Kraft machen Und kann sie, glaube ich, direkt ansteuern Ja, wie gesagt Ich hätte jetzt auch noch ein paar Sachen machen können Zum Beispiel hätte ich auch noch sagen können Ich nehme hier die federgeladene Axt mit Ich nehme hier die Kügelchen mit Meine Kürbisse Ich finde ja die Axt so geil als Waffe Das ist so die coolste Waffe eigentlich, finde ich Nein, mich nicht jetzt hier treffen Oh, fuck Wenn du damit nicht rechnest, ne Ah, wenn du damit rechnest Zack Du kriegst sie halt relativ schnell mit Ruthless Aggression In die zweite Phase Weil das ist eigentlich die spannende Phase Ich hänge gerade so ein bisschen fest Fuck Fuck Boah Mies, Leute Okay, ich würde sagen Da haben wir was vor uns, oder? Boss Rush Mode Erstmal wieder reinkommen in Sekiro Ähm, mega gut Und bitte, bitte Ja, ich weiß Gerade der Kampf gegen Gyubu Das war natürlich eine Menge Lack Der Boss ist einfach Ich habe mich extrem dumm angestellt Weil ich muss erst wieder alles lernen Ähm, also reinkommen in die Steuerung Das habe ich jetzt alles kalt gemacht Und deswegen Bitte nehmt es mir nicht übel Aber Boss Rush Mode, Leute Ich bin mega hot Es kommen auf jeden Fall noch mehr Videos dazu Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze findet und fandet Schreibt es mir gerne in die Kommentare Und dann würde ich sagen Beim nächsten Mal ist Schmetterling dran Ähm, ja, würde ich so sagen Oder? In diesem Sinne Haut mal rein Und gehabt euch wohl Bis dahin Bis zu dem Besagt nächsten Mal Äh, BB, euer Hyuga